Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands Part 45 von mir auf 490, oh Gott, ja, von mir auf 490, im letzten Part, äh, haben wir zwei von drei Schriften verbrannt, äh, Shotgun-Parts gefunden und werden hier grad von einem Toll beschossen und er schießt schon wieder. Scheiße, Mann. Krieg ich den irgendwo von irgendwo sicher? Gott! Das Kack-Ding ist dann auch noch zielsuchend. Na, sitzt einer dran. Ach. So, ein bisschen zählen. Ach, geht doch. Ah, der hier, der ist ja echt eklig. Wo ist er? Da hinten. Fuck. So, ich denke mal, das hier ist recht schlau, sofern mir denn keiner entgegenkommt. Und weg ist er. So, und jetzt hier mich. Achso, ich bin schon voll. Okay. Dann wollen wir mal da durch. Noch ein paar Leute kaputt machen. Ist ja übelstes Killerspiel und so, ne? So. Da geht der flöten. Oh, das war's auch schon. Jetzt kann ich im Gedärmen baden. Oh. Nein. Ja, hier knallhartter Psychopath. Das war ich grad auch, ne? Irgendwie bist du schlecht. Ey. Böser. 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 Puh. Das ist doch nochmal ein schönes Level abgewesen. So, wir wollten auf das gehen. Genau. Und jetzt... Snipern. Er kommt gar nicht mehr zum Schuss, der Kerl. Arme Sau. So. So gehört sich das doch für einen ordentlichen Sniper, ne? Gut, und jetzt haben wir auch wieder, na, ein bisschen Munition. Egal, da ist eine Waffenkiste. Na, Munitionskiste. Mit noch mehr Munition. Yay. Aber trotzdem, Magazin ist noch nicht voll. Ähm. Zum Glück gibt's hier nochmal ein bisschen mehr. Lass uns auch doch direkt mitnehmen. Na, schlechter Revolver. So wie es aussah. So. Ähm. Ne, für 1000 nehme ich nichts mehr mit. So, friss. Äh, so. Mehr Munitionskisten. So, so. Na, der war ja süß. Ja, das waren 1400. Ihr könnt mir gar nichts. Ich hab gesagt, für 1000 nehme ich nichts mehr mit. Äh, so. Ja, jetzt weiter. Wir wollen uns ja nicht nochmal irgendwie so vier Minuten hier dran aufhalten. Oder so. Ne. Hund. Ich... Es wird langsam wieder warm hier. Und wenn man da oben ist, kann man sich irgendwo hin rocket jumpen. Und dann ist da irgendwo eine Kiste, wo einfach nur Geld drin ist. Und nicht mal viel Geld, sondern einfach nur so 200 Dollar oder so. Oh, ein Crimson-Dingens. Oh, ein Crimson-Dingens. Also das, also zumindest sieht geil aus. Ich sag jetzt einfach mal, das ist von Crimson-Dingens hier. Nicht von Crimson, sondern... So, ich denk mal für 60.000 können wir uns das so langsam mal holen. Aber auch nicht für allzu viele Sachen. So. Jetzt nochmal schnell Munition kaufen. Vor allem für Command-Riffles. Ach Gott. So. Und jetzt Scheiße verkaufen. Ähm. Du bist gar nicht mal so scheiße. Ne, trotzdem. Ähm. Weg und weg und weg. Und behalten und weg und weg und weg. Ich häng viel zu viel an meinen alten Waffen. Und weg und weg und weg und weg und... Ähm. Weg und weg. Ah, diese Explosivregen hätte ich euch zeigen können. Das Ding fliegt halt hoch und sprüht dann einfach nur was nach unten. So. Skagfleisch in Dosen brauchen wir. Reaver ist... Stückchen weiter hinten. Und er ist eh ganz am Ende. So, ich weiß gerade gar nicht welchen... Okay, wir gehen erst rechts rum. Äh, stopp. Dann markieren wir uns doch das Skagfleisch. So. Äh, stopp. Ich wollte ja noch da oben gucken. Ah, so viel. Ähm... Hier ist gar nichts. Bisschen Munition, aber... Das hier sieht aus wie ein Reparatur-Kit. Uh, Frau. Boah, die Schenkel. Okay, ich glaube, das sah nur fett aus, weil das zwei übereinander waren. Genau, man kann sich hier hoch rocket jumpen. Entweder mit Raketen oder mit, äh, Pistols. Und dann ist da... Irgendwo ein Durchgang. Ich glaube, da kann man einfach so durch. Na, aber ich möchte das nicht versuchen. Ich kack dabei noch ab. Man sollte halt, wenn man es versucht mit einer Granate zu machen, zuerst den Mod rausnehmen. Ansonsten ist das... Natürlich bei... Vor allem meinem Mod ziemlich doof. So. Ach. Kack ab. Äh, bunte Fässer. So, und? Na, lass mich das Ding aufmachen. So. Und jetzt wird Sklackfleisch gesammelt. Nachdem wir hier... Was bringt mir das, wenn ich hier hochgehe? Dann gehe ich genau wieder in die andere Richtung. Und das wollen wir ja nicht. Äh, Sklackfleisch ist... Ja, in die Richtung. Aber Reaver ist näher. Deswegen markieren wir uns doch nochmal Reaver. Schicken wir unsern Vogel vor. Der macht dann erstmal... Kills. So. So. Und... Ja, ich loote einfach erstmal alles. Gucken wir das dann später so an. Na, kommt raus. Alter war das viel. Kommt schon. Na, geht doch. So, Vogel. Mach kaputsch. Have fun mit denen. So, zum Glück verwirrt der die auch. Dann kann ich nämlich besser den Hintern treffen. Denn immer wenn die verwirrt sind, drehen die sich zur Seite. Und das ist gut. Ansonsten treffe ich ja überhaupt nicht, ne? Das wollen wir ja nicht. So. Die sind so schlecht, die Gegner, ne? Ja, der Ball hat mir ins Gesicht. Ich zitter mal ein bisschen und mach gar nichts mehr. Anstatt zumindest irgendwie zu versuchen wegzukommen. Ne, ne. Aber ich muss dem wieder Blitz reinhauen gleich. Äh. Denn... Der kommt ja echt nur noch durchs Schild. Der soll auch die Gegner killen, wenn er da schon ist. Siehste, bei dem kommt er nicht mehr durchs Schild. So, ne Longbow-Granate. Die fliegt einfach nur weit. Achso, Skagg-Fleisch wird nicht mal überall angezeigt. Das muss ich, glaube ich, finden, wie es aussieht. Denn hier liegt ja Skagg-Fleisch. Und ja. So, da lang möchte ich noch nicht. Oder möchte ich da lang? Weiß ich nicht. Ich geh erstmal hier lang. Das ist das Gute, wenn man auf die Umgebung... Achtet, Böse. 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 Gut. Ähm. Gab's hier überhaupt irgendwas? Nö. Auch gut. Ne Waffe. Oder? Nö, hier gab's echt nichts. Das war Ende. Ich weiß zwar nicht, warum sie das dann eingebaut haben, aber... Okay. Oder ist hier was hinterm Stein? Nö. Na, von mir aus. Mich soll's nicht stören. Aber jetzt müssen wir erstmal Reaver bekämpfen. Der Lümmel. Was hätte er überhaupt gemacht, dass wir jetzt auf den angesetzt werden? Okay. Ey. Aber ich kann meinen Arm gar nicht mehr ruhig halten gerade. Zittert immer so ein bisschen. So kacke beim Zielen. So, mehr Skagfleisch. Und... Ähm. Ich geh mal hier lang. Na, war ganz gut, dass ich da weggegangen bin. So, mehr Skagfleisch. Und Bäm. So, geh kackt. Du da hinten auch. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Das kannst du mal glauben. Oh Gott. Vogel. Ich bräuchte Support. Warum heilt der mich denn nicht mehr? Oh Gott. Ähm. Jetzt müssen wir mal einen auf NPC machen. Okay. Ähm. Na, lass mich hoch. Vogel, komm zurück. Regenerier dich. Fuck. Nein. Jetzt ist der Drop runtergefallen. Wo liegt der jetzt? Ja klar. Und da unten kommt jetzt einer hoch, oder was? Ach nein. Nein. Ich wollte den haben. So, du. Komischer Kerl. So. Haben wir es jetzt alle, oder? Ähm. Ich möchte den Drop haben. Ha. Hab ihn. Gut. Und jetzt komme ich hier noch irgendwo gut runter. Ähm. Und? Ha! Na, das war doch Pro. Sowas kann auch nur ein jahrelanger Borderlands-Spieler. Vom jahrelang ne. Spiele. Ja, okay. Das Spiel ist schon Jahre draußen, aber. Jahrelang kann man dazu trotzdem dann nicht sagen. So. Mehr Skagfleisch. Und. Ja. Gleich gibt's auch mehr Cuts. Ähm. Und mehr Claptraps. Nachdem wir die beiden hier gekillt haben. Drei. Sind's. Na klar. Verarsch mich doch nicht. Bis vier, Alter. Ja, ja, ja. Die arbeiten jetzt auch immer mehr mit der Umgebung. So. Du hast einen defekten Claptrap. Blablabla. Wiederholt sich, wie gesagt. Alles. Ähm. Wo ist das Ding? Zurück. Sagst du echt, das Ding, wo ich gerade drauf geguckt hab, war echt ein Reparatur-Kit? Würde mich irgendwie wundern. Nee. Das war ganz woanders. Ach, nee. Boom. Da müssen wir einmal ne Runde laufen. Das ist nämlich auf einem kleinen Vorsprung. Naja. So, da ist nichts mehr. Hier ist noch ein bisschen was. Aber auch nichts drin. Also geht's jetzt weiter. Ähm. Skegfleisch. Genau. Einfach durchrennen. Ist ja kein Problem hier, ne? Ey. Böse. Und da hinten ist auch noch wer gewesen. So. Mehr Skegfleisch. Sechs von zehn haben wir. Wie man sieht. Und jetzt werde ich hier kurz runterspringen. Ich hoffe, dass mir keiner von den Lappen folgt. Nein. Zu früh. Zu früh runtergesprungen. Und wieder hoch. Scheiße. Ja, und so schnell kann das gehen. Ach, nee. Komm, dann kann ich auch auf den Rückweg machen. Lass ich das halt kurz in Ruhe. Oh. Gefällt mir. Soll ich halt nichts gegen sagen, ne? Ja, 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 ja. Die und ihre Servos. Wenn wir nur die gleichen Probleme hätten, ne? So. Vogel. Friss. Friss und heal mich. Ich will jetzt wissen, ob und warum der mich nicht mehr hielt. Ähm. Ach so. Ach so, ich bin voll. So, ich zitter immer noch. Jetzt muss ich gucken. Ja, toll. Wenn ich nach rechts gehe, dann... Ach so, ich habe das Reparatur-Kit ausgewählt. So, und was ist jetzt da? Das geht... Okay. Ne, passt schon. Wir gehen jetzt einfach hier lang. Wählen nochmal kurz Reaver aus. Ähm. So, oh, oh, oh Gott. Ich habe den Cut total vergessen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Ciao.